Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Jingle Bell Dream We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Schnauze jetzt Heyo Leute, willkommen zurück zu Moos Adventskalenders Heute das fünfte Türchen mit Battlefield 3 Und zwar eine Runde auf Grand Bazaar Und es ist ein bisschen laut, glaube ich Mein Kumpel ist gerade gestorben Der Kumpel ist auch gerade gestorben Und ich glaube, ich spawn hier nicht, weil das gibt immer Tode BMP ist hier nicht erlaubt, also das Teil da ist nicht erlaubt Davon mal abgesehen Ich hoffe, es wird jetzt nicht so doll lang Weil Battlefield 3, wer das Spiel nicht kennt Der weiß, dass das Spiel ganz schöne Anforderungen braucht Mein PC schafft das Das ist locker sogar Aber Ähm, wenn ich Fraps am Laufen habe, also aufnehme Dann ist das doch noch eine andere Sache Und da haben wir auch gleich schon erst einen Death kassiert Der Penner hat ihn natürlich sofort wiederbelebt Natürlich nicht so schön Es hat, glaube ich, eben schon ein bisschen gelaggt, wenn ich ehrlich bin Was ist hier denn hier los? Hier ist das Medi-Kit Da hat mir einer Die Kugel geklaut Ich sehe gerade gar nichts, ey Lass mich durch? Mal kurz mit dem Kumpel hier Oh, Granate, Granate, Lauf! Sehr schön Wieso klauen wir alle meine Kills? Wieso klauen wir alle meine Kills? Weil das, wenn man gut sein will, da braucht man echt Konzentration Gizmo, ich hab Gizmo umgebracht Hey, ich hab Gizmo getötet Nimm dir das Medi-Kit, hol's dir! Nimm dir das Medi-Kit, hol's dir! Irgendwo ist da hinten einer Zwei Prozent nur noch, Leute, ey Was haben wir denn gerade? Drei, zwei, eins, ist okay, ist okay Nur die Ruhe bewahren, nur die Ruhe bewahren Lass mich Ah, mein Team blockiert wieder Hier ist dein Medi-Kit Aber so leicht lass ich mich ja auch nicht unterkriegen, ne? Kommt schon Ich hab, äh, ja, einen freundlichen Sniper gesichtet Over Ja, hier ist dein Medi-Kit Lauf, Jonathan! Hier ist dein Medi-Kit, Mann Und weh, jetzt kommen irgendwelche Sprüche In den Kommentaren von wegen, äh, IK-Noob und so Ich finde, es gibt gar keine richtigen Noob-Waffen Davon mal abgesehen Meine Meinung Ich finde, es gibt keine richtigen Noob-Waffen Wie soll ich, ich geh ab Ich hab keine Muni mehr Keine Muni zu haben, ist immer unschön Was haben wir denn gerade? 9 zu 1 Okay Ich hab keine Muni mehr Ja, das ist, mit der Pistole, das ist scheiße Du hast eigentlich gar keine Chance Okay, wir haben die Führung übernommen Macht weiter Drogen! Echt? Ich töte die ganze Zeit, ist nur Aua 13 zu 1 Was will man mehr, Leute? Was will man mehr? Ich weiß gar nicht, warum ich hab immer noch Ich hab immer noch die verdammte scheiß Noob-Taschenlampe Auf meinem Auf meiner Pistole Weil ich spiel nie mit Taschenlampe Deswegen ändere ich das nicht Und wieder zwei weg Fuck Fuck Da war ich nicht schnell genug Na, was sagt's? 16 zu 2 Gleich 16 zu 3 1% der Penalt 1% Und ich hatte noch 100 Ne, ich hatte 28 Und er hatte wahrscheinlich noch fast voll, ey Ach, tolle Wurst 12er Killstreak hatte ich eben Schafft nicht jeder sowas Also ihr könnt mich auch gerne Wenn ihr Battlefield 3 habt Ihr könnt mich gerne adden Hab ich gar kein Problem mit Äh, Jack Hotel Könnt ihr hier nochmal gucken Jack Hotel Dieses Pinion müsst ihr nicht mit eingeben Dann zocken wir mal ne Runde Ich bin öfters mal drauf Ihr könnt dann ja einfach hinterher join Und dann Dann zocken wir einfach mal ne Runde Also ich zock sehr gerne Ich zocker häufig Von daher Steht dem glaube ich nichts im Weg 23 hab ich im Moment Bin auch ein guter Teamspieler Also Von mir aus Ich werde bestimmt annehmen Wie gesagt Dann wird mal ne Runde gezockt Da rennen die Peoples weg Von mir Die Schisser Haben wir wieder einen weggemacht Der ist schon tot Okay Wie gesagt Addet mich Ich bin Immer Freundesanfangen Manche Let's Player sagen ja Ne die adde ich nicht Ich adde nur Freunde Und so Aber Warum Warum Verstehe ich nicht Na gut Wenn man jetzt so wie Gronkh Vielleicht So ne Keine Ahnung Da eigentlich so 1000 Anfragen bekommt Ne Ne 1000 wäre wahrscheinlich nur untertrieben Stirb 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 Irgendwie so Weiß nicht 2000 oder so Ne Ne 2000 Immer noch zu wenig Halbe Million Anfragen im Battlefield bekommt Das wäre mir auch zu krass Aber wenn man Irgendwie Was weiß ich So wie ich Da Irgendwie 300 400 Oder 1000 Abonnenten hat Dann geht das doch voll Das verstehe ich manchmal nicht Keine Muni wieder mehr Keine Muni Der hat mich schon dreimal erwischt Und ich ihn erst einmal Totaler Noob der Pisser Ja von der Seite Kann ich nichts machen Wenn mein Team da wieder Meine Seite da nicht deckt Dann kann ich einfach nichts machen Boah da sind gerade 3 auf dem Haufen Ey 3 auf dem Haufen Wenn ich jetzt von hinten kommen könnte Ey Von hinten kommen könnte Ey Boah Eklig Diesmal nicht du Pisser Diesmal nicht Diesmal nicht Kommen wir unser Leben mal hin Und wieder einer weg Ich bin nicht durch die Tür gekommen Verdammt Der hat mich auch schon Der hat mich auch öfter erwischt Als ich ihn Schweinerei Das geht gar nicht Ey Diese Ecke da hasse ich sowieso Wie die Pest Die hocken da immer Ey Leute Die hocken Guck mal schon wieder In dieser Ecke da Die hocken da immer Und sprayen durch Den ganzen Gang durch Den Die ganze Verdammte Zeit Scheiß Homos ey Das ist das einzige Was ich an dieser Map So dermaßen hasse Ich finde die Map Ja eigentlich sowas von geil Also echt Hier ist so Schnelles Gameplay gefragt Ne Deswegen Ich liebe solche Maps Fuck you ey Komm Beleb ihn noch wieder Beleb ihn noch wieder Ja ich schaff's nicht Wieder zu beleben Da komm ich nicht hin Da sterbe ich Das bringt ja auch nichts Wenn ich da hinlaufe Und dann sterbe Fuck die sind Ja die kommen von beiden Seiten hier gerade Da drüben sind auch welche Ich kann versuchen rüber zu sprinten Aber ob mir das gelingt Ist auch ne andere Sache Ja hier ist dein Medikit Fuck ist der hier irgendwo Ey ich schaff's nicht Mein Team wieder zu beleben Man schaff's einfach nicht Hier in dem Gang Thrillseeker Da hab ich dich jetzt endlich Die Penhine Ich hab leider auch keine Granaten mehr dabei Ich hab' ja auch immer nicht so schön Das war ja wohl gar nix Hat der gewechselt War der nicht vorne in meinem Team Also ja auch nicht Auf jeden Fall ist er eh nicht gut Kann auch wegbleiben Ja Kann man nichts machen Oh Ich wusste gar nicht dass ich Ich wusste gar nicht dass ich Hier noch ein Team hab Wer ist eigentlich der Gute von uns Maxik Der ist da drüben drin Okay Komm 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 Maxik wurde erwischt Ja weh du belebst mich nachher auch nicht mal wieder ne 边 Hier ist dein Medikind! Ich habe keine Muni wieder mehr ey! Kacke! Ich glaube besser als nix, oder? Lop, 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 lop! Hier ist dein Medikind! Na? 33,7! Boah! Ja, die Waffe, die finde ich kacke ey! Ja, den hätte ich erwischen können eigentlich! Komm! Komm! Wieder einer weg! Unser Team ist zu... Was ist das denn hier? Klosett-Haltung oder was? Oh, Noob ey! Granatwerfer, die Pussy! Die Möse ey! Da wird ja viel Muni das Ding hier! Komm! Kommt doch da raus aus euer Ecke! Komm doch mal her! Ja, komm doch mal her! Ja, hallo, hallo! Dudidudi, dudidudi! Was ist da jetzt? Fünf nur noch. Holy shit. Ich hab gar nichts gesehen gerade. Ich hab gerade auf meine Anzeige da geguckt. Ja komm, belebt mich doch wieder, Team. Dankeschön. Okay, das war's so. Granatwerfer, ey. Highrings, ey. Guck mal, er wird 42 und spielt mit Granatwerfern. Wie nur kann man sein, ey? Echt. So was ringt immer auf, finde ich. Es sind eigentlich immer die Highrings. Immer die mit den verdammt hohen Rängen. Die da irgendwie mit irgendeinem Noob-Scheiß da ankommen müssen. Wahnsinn, ey. Wahnsinn, ey. Wo sind die alle? Voll. Teamplay. So wird's gemacht. Erst ausschalten, dann reanimieren. Nicht andersrum. Weil die meisten, die machen's dann auch mal so. Noem, kein Tank, Mann. Trottel, ey. Oh, wieder von hinten, ey. Komm, ein Kill noch. Wunderbar. Geschafft. Ja, dann sag ich schon mal, das war Türchen Nummer 5. Dein Squad hat gewonnen. Oh, yeah. 36,9. Guter Score. Ja. Ich bin Level 19 übrigens. Also, Prestige 19 so gesehen. Ja, haben wir ganz gut Punkte gemacht. 12.000. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und schaut euch morgen wieder rein. Bei Türchen Nummer 6. Nummer 6? Oder war das hier Nummer 6? Ich weiß es nicht. Egal, ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Weihnachtstage noch. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Schnauze jetzt.